Wir sind hier heute beim Burning Man in Halle. Wer kommt jetzt noch mal aus Halle? Genscher, Genscher kommt aus Halle und Georg Friedrich Händl, also Musik. Und wir freuen uns riesig drauf. Also, kommt uns auf eine Reise. Wer ist aus Malta? Wir sind die Tibis, ich bin sein Tibi. Und dann, ich will mit dir mit dir auf die Flashtite. Ich bin mit dir auf die Flashtite. Ich bin bin mit dir auf das Schrauben. Schleif auch bei dir auf das Schrauben. Ich bin mit dir auf die Flashtite. Das auch mal bei dich. Ich bin mit dir auf war. Ja, es ist so hot in hier, ich nehme alle meine Kleidung. Willkommen zu Halle, wir kommen für dich von Halle. Party hot. So, man könnte fast denken, wir sind Freunde, ja? Oder guck mal, wie der mich im Arm ist. Ich bin gleich nass, das war der Burning Man hier in Halle. War großartig, ja. Oder? Ja. How do you say it in Australian? I fucking rocked. That was Australian. In Germany, I would like to say, no, I would like to say. Wir haben es gemacht, wie Georg Friedrich Händel. Wir haben es korrekt gehandelt.